So meine lieben Kinderchen da draußen, wir stecken hier immer noch bei einem Rätselfeste von Dead Space 3. So, bei einer spacigen Folge, rätselhaft noch dazu. Wenigstens habe ich schon mal rausgefunden, wie ich jetzt endlich, und das sieht man ganz minimal, die Dinger zusammenführen kann und so, das geht dann mit der, wenn man auf dem Mausrad draufdrückt, dann führt man die zusammen. Und das ist mir nicht so aufgefallen irgendwie. Jetzt irgendwie gerade schon. Also, das ist nicht, wie sowas manchmal geht. So, jetzt müssen wir nur noch das Ding zusammenpasseln, dass es irgendwie zusammenpasselt. Das ist rauszufinden, wie das geht, so? Auch nicht, ich hätte schwören können, das geht so. So? Na komm, führt euch zusammen. Yay! Und jetzt? Ach, herrje. Na, zum Glück kommt derweil nicht irgendwelche Monster an, ne? Okay, das passt gar nicht. Ähm. Hier so. Ne, ich hätte mir das anders vorgestellt. So? Auch nicht. Auch nicht. Ne, das wird nicht so. Äh, warte. Ich hab's gleich. Glaube ich, nicht. Scheiße. Ich dachte, ich krieg ja auch so einen kleinen Pimmel rein. Warte mal. Auch nicht. Ei, ei, ei. Warte. Aber wir kriegen den Schrott langsam runter, wat? Ja. Äh, okay. Okay. Warte. Ich fäh, 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 fäh. Hier. Ne, der taucht nicht hin. Oh, ich hätte schwören können. Ähm. Ähm. Wow. Stell dir mal vor, du bist so ein Kranbediener. Boah. Und du musst erst mal rätseln, wie dein Job funktioniert, Alter. Und noch mehr. Das ist alles Müll, den wir zusammenpacken. Ja, alle klar. Jo, der passt gleich. Mit Glück konnten wir hier nicht haben. Auch nicht. Nein, nein. Du solltest... Ah, ah. Da. Warte, ich hab's. Ich hab's. Yeah. Hui. Noch mehr? Ja, super. Und dann können wir dann auch gleich... Oh Gott, da sind Leute drin. Huh. Der kommt bestimmt gleich raus. Tschüss, du Vogel. Achtung. Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Vorsicht walten lassen. Weil wegen biologischer Anomalien. Ja, alles klar. Huh. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Alter, der rotzt mich an. Tschüss. Oh, der Kopf ist mal weg. Alter. Ah. Lass das sein, wir hätten geschweigen. Noch einer. Mann, noch mehr da. Verreckt doch endlich, du. Ah. Ihr seid alle so hässlich. Uiuiui, war ja hässlich. Textlog gefunden. Schön für deinen Textlog. Haben wir dafür noch Motivation? Warte mal. Ey. Mach doch mal hier. Das andere Ding hier. Das. Okay. Mit dem kann man wirklich schneller schießen. Das ist die scheiß Bench, ne? Finden wir was? Aktivieren. Komm. Uhuhu. Ja, und jetzt? Ressourcen abgeladen. Bot bereit für nächsten Einsatz. Ei, ei, ei. Okay, fortfahren. Ja. Komische Steuerung. So. Ne, neue Waffe herstellen wollen wir nicht. Wat? Nein, wollen wir nicht. Sag mal, kannst du mir auch mal zuhören, Digga? Rechter Waffenslot. Okay. Wir hatten ja ein Zielfernrohr drauf, ne? Können wir hier noch ein paar Erweiterungsdings machen? Munitionssammler. Hatten wir den nicht schon drauf? Den hatten wir aber auf dem Bumsen drauf, ne? Unteres Tool. Warte mal, wo sind wir? Da. Ja, das verstehe ich immer nicht so. Chip hinzufügen. Neue Platine herstellen. Chip. Verstetigen. Yay. Ach, Clip. Nicht Chip. Schaden. Wäre nice. Können wir nicht. Okay, Nachlade. Platine. Können wir nicht. Feuer Raid. Können wir nicht. Deine Oma. Können wir auch nicht. Ja. Das ist schade, wat? So. Erweiterung des Zielfernrohr. Kann man noch neue Erweiterungen herstellen? Nichts. Das ist schade. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir für den hier was herstellen können. Vielleicht nochmal für den Strahler. Dass es ja zum Beispiel schnell nachlegt. Legt. Nichts. Nein. Ardeltla. Bad. Bad. Was muss denn? Wenn wir zurückkommen, dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Angekommen. Tag, Herr Edwards. Könntest du zu Cargoops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryo-Kisten mal deine Hilfe. Hey, Tag. Bist du da? Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Ersche hierher zu fliegen. Nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Mordkampung helfen. Voller Sack. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe mit diesem Trick schon drei Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Tja, und nun lebt er nicht mehr. Aufspießen, was? Na, okay. Sollen wir das irgendwo üben, oder was? Nee, brauchen wir nicht. Konnte man das im ersten Teil auch? Nee, das konnte man da nicht, ne? Aber man konnte viele coole Dinge machen. Aber die Zeit hat er zuerst mal ab. Die Leute bewegen sich ja. Die Jägner. Oh, der hat wirklich was. Nee, der hat nur Müll. Er hat keine Klinge oder so. Scheiße. Oh, der ist ja hässlich. Ja. Alle klar. Job. Wo er wohl hingeflogen ist? Wow. Loch abgefuckt. Ich sag ja, der Cutter ist ein viel besseres Werkzeug. Alter, scheiß Strahlenkanone. So, jetzt habe ich Sonnencreme gefunden. Oder Vaseline? Hm, wer weiß das schon. Kein Zutritt für Unbefugte. Ah! Ja. Bis darunter. Aber... Items boxen, finde ich ziemlich nice. Oh, nee, wer ist er denn? Und der regeneriert sich gleich wieder, warte. Ja, natürlich. Scheiße. Das Vieh regeneriert sich. Wie willst du es dann umsehen? Will ich nicht. Ah, da kommt der her. Brrrr. Lass mich in Ruhe. Uh. Hoch da. Boah, jetzt ist gruselig. Ich hasse das etwas immer. Was ist denn jetzt? Mach die scheiß Tür auf. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, Mann, oh mehr da. Nachladen. Oh. Oh. Wo müssen wir hin? Der Zug wird in Kürze eintreffen. Heute haben sie Geduld. Echt? Haben sie Geduld? Wie soll ich denn Geduld haben, Mann? Was geht hier ab? Oh Gott! Es sind zwei von denen, wir werden gestillt. Mann, mach doch noch Platz, du Primmelberger! Oh! Ey! Oh! Weg, weg, weg! Egal wohin, weg einfach nur! Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich's mir ansehe, lass ich es Sie wissen. Altra! Nächster Halt. Kommandoturm. Oh, wir sind ja wohl wieder rein, was? Nochmal wieder zurück. Da wieder hin? Echt jetzt? Nochmal? Bugstation. Daneben halt Bugstation. Boah, Leute! Wir fahren aber wieder zurück da, wo wir hergekommen sind. Ist das richtig? Irgendwie stimmt die was ganz so gar nicht. Ja, da sind wir gerade hergekommen. Ich wurde hier weg. Wieso Bugstation war das? Ach nee, Achternstation. Au. Stell dir mal vor, wo die Viecher... Nee, die können doch zur Mittelstation, ne? Ne, dann. Boah, es war schon gruselig, ne? Was ist das denn? Ich sag hier, der erste Teil war gruseliger als der dritte. Ah, nein, das war schon echt, echt unheimlich. Nächster Halt. Kommandoturm. So, Achternstation kommt. Ja, doch, jetzt kommt die Achternstation. Oh, mein Gott, bitte. Oh,失衝. Oh. Alter, das ist schon ziemlich geil. So eine Anbetzung soll. Raumschiffe Express hier. Ich hoffe, die Unsterblichen sind jetzt nicht mehr hier. Den hatten wir im ersten Teil auch gehabt. Wir mussten ihn immer irgendwie töten, aber zwei davon. Okay, warte mal. Wo ist denn unser Bot? Nee, nee, wir nehmen die Blaster hier. Das Ding ist so witzig. Wo sollen wir hin? Ah, natürlich. Militärantrieb. Du hast keine Torkstangen in deinem Winter. Das muss ich haben, damit ich das mitnehmen kann? Ja, dann. Militärantrieb kann ich nicht mitnehmen? Das siehst du, wollte ich gerade sagen. Das ist doch dein Ernst, ne? War schön. Und ich hab meinen kleinen Bot da gelassen, du. Das arme Ding. Warum diese... Ich hasse diese Viecher. Die finde ich super gruselig. Warum rett der uns denn, mein Name? Remote-Relais. Remote-Relais. Ah, ich hab gerade Angst gehabt. Das hat's erledigt. Okay. Warte mal, lassen wir das hier nochmal eben checken. Bestimmt bereue ich das gleich, dass ich das hier checken möchte. Wollen wir da rüber? Einfach mit dem Sessel, vielleicht mal gesagt. Ne, rüber. Okay. Watt, nun mach doch mal. Oh. Ja, und jetzt? Ach so, ich kann die Etage auswählen. Watt? Das ist ja nice. Hier haben wir so alles knirscht, ne? So, da ist die Bank. Aber da könnten wir mal gucken, dass wir... erstmal noch Shit einsammeln. Vielleicht können wir damit dann ja was anfangen. Was ist das hier eigentlich? Und hier? Alles klar. So. Dann lass uns mal luschen. In der Wegbank. So, Remote-Platine. Remote-Funk-Controller. Und Remote-Dings. Und wir haben nix davon. Wie soll ich die denn herkriegen, Digga? Okay. Waffen herstellen. Pläne. Waffen-Abgeräts. Objekte herstellen. Motion-Clip. Medi-Pack. Medi-Pack. Stays-Pack. Oh. Wenn wir dann maximal okay. Aber, ähm... Ich hab mir vorgestellt, wir kriegen... Schrotflinte, Digga. Ja, klar, Digga. Ja, genau. Scheiß auf die Strahlenkanone. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen anderen Vogel daherkriegen hier. Das ist nur Waffen herstellen. Baue und modifiziere Waffen aus Teilen. Waffen-Abgeräts. Objekte herstellen. Ja, dann müssen wir dieses Remote-Scheiß-Ding doch herstellen oder was. Ich dachte, das müssen wir hier machen. Dann müssen wir gucken. Habe ich da schon noch Modifikation drauf? Vielleicht direkt mal testen, Alter. Wenn man gleich so ein Monster mal um die Ecke kommt. Dann schrote ich ihn einfach so über den Haufen. Ah, gut. Ja, er will, dass wir hier zu dieser Weltbank gehen, ne? Aber hier finden wir erstmal nichts. Oder ich wüsste jetzt nicht, wie wir das herstellen können. Okay. Ja, ne, geh ran an diese Playstation hier. Okay, das wäre dann, wenn wir dieses Zeugs-Reliet benutzen würden, ne? Aber da unten kommen wir hier irgendwie nicht hin, ne? Das wäre, glaube ich, die Anschicksluke von den Vogeln, ne? Und jetzt? Wir haben ja keine Feststellung. Wie soll ich das denn machen? Okay. Also, nichts ist okay. Aber okay. Wie kann ich denn eine Feststellung herstellen? Und diese Aufzüge funktionieren null Komma, jetzt. Die funktionieren. Wieso sind die denn so überträglich schnell, Alter? Und hier? Und jetzt? Wie kann ich denn... Aber okay. Und hier? 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 Nice. What? Ika, bist du das? Als würden wir noch reden, ne? Oder als würden wir versuchen. Ich find's gruselig, ne? Ich will dieses explosive Zeug hier nicht bei mir haben. Was hab ich gefunden? Teile gefunden. Ja, das ist super. Warum war da aber noch mehr, ne? Ich hab mir bloß nicht Zeit hier hinten, da was zu gucken. Weil ich Angst hatte. Fürchterliche Angst. Teil gefunden. Boah. Eigentlich noch nicht immer so. Alles klar, wir können ja nicht runter. Wir können nur... Ich find's schon fast ein bisschen witzig. Ich glaub, wir müssen auf die andere Seite. Ich glaub, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen auf die andere Seite gehen. Kommt raus, ihr lieben Viecher. Die sind ja auch nur Tiere. Die Menschen. Nicht so die Tiere. Sünde. Oh, Sünde. Unser Herz klopft voll schnell, ne? Au! Au! Ja, entschuldigung. Ich veralbern, jetzt sind die da oben. Und machen das, wozu sie gerade Lust haben, ne? Au! Come on. Alter, die haben sie gerade gespielt. Au! Au! Das hat geschockt. Au! Boah, die sappeln, Alter, ehrlich. Total witzig. Er kommt doch raus aus seinem Loch da. Oh! Müssen Napalgranaten da reinschmeißen, dass die die ganzen Schilder auskommen. Ah, Moment. Du solltest da was aufsammeln, Digga. Genau, Motivation. Jetzt ist Ruhe eingekehrt hier. So, waren das alle Teile, die wir gefunden mussten? Waren es nur drei insgesamt, oder was? Endlich wieder Ruhe. So. Und weiter geht's. Inga nervt ein bisschen. So, darüber ziehen wieder mal. Dup, dup, dup. Ich glaube, das mit den bösen Aliens sollte erstmal Chico sein, ne? So, jetzt haben wir ja Teile gefunden. Ja, herstellen. Okay. Okay. Der Sucher-Bot ist zurückgekehrt und hat Sachen gefunden. Lass uns den Sucher-Bot hier auch nochmal unterwegs sein. Warte mal. Ich glaube, Etage tiefer wäre gar nicht mal so übel. Hier oben, da findet er nichts. Oder? Ja, ich glaube mal. Das ist ne geile Sache mit... Uh! Das ist ne geile Sache mit dem Sucher-Bot. Das finde ich richtig geil. Ich werde nur fangen. Ich bin wieder um. Ja. Ich werde nur fangen. Ich glaube, das ist nur ne gewisse Animation. Ich glaube, der sucht sowieso noch, wer da wohl will. Ja. Bin wir losgeworden. Ach, herrje. So. 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 Und boah. Nein! Ich hab mich verfahren. Ich hab mich verfahren. Ich hab mich verfahren. Da müssen wir hin. So. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Dann können wir einen Neustart probieren. Und wieder machen wir hier den Dienstboten für alle Leute hier. Das kann ja nicht sein. Doch, was machen die denn die ganze Zeit hier da? Stehen doch rum und beknuddeln sich hier, knutschen und machen Kinder. Wir müssen hier gegen Aliens kämpfen und Shuttle betanken. Na gut. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr, denn das war's für heute meine Kinder. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.